Die dritte Liga hat am letzten Wochen eine Pause gemacht, der ÖFB Cup ist eingesprungen, aber wir sind trotzdem hier im Studio am Montag. Norbert Schweitzer mit mir wieder, hallo. Servus. Nehmen wir halt den ÖFB Cup unter die Lupe und schauen uns die Spiele mal genauer an, wenn es schon in der dritten Liga kein Meisterschaftsspiel gegeben hat. Hast du das beobachtet? Rapid, wirst du das sicher angeschaut haben gestern. Rapid habe ich gestern im Fernsehen gesehen, ja. Die Austria auch am Vormittag. War Fernsehabend. Fernsehtag, Entschuldigung. Inzwischen war Formel 1 Kampui. Da bin ich kurz eingenickt. Glaube ich nicht. Wie immer. Start gesehen und ist ein Zieleinlauf, oder? So ähnlich, ja. Bleiben wir beim Fußball, das ist interessanter. Fangen wir an mit den ersten Spielen. Rapid hat gewonnen, die Austria hat gewonnen, das heißt die Favoriten sind schon mal weiter. Salzburg ist abgesagt worden, die haben auch dagegen einen Corona-Fall gehabt. Etliche Spiele, ich glaube sieben oder acht waren es, die dann leider dem Corona-Virus da irgendwie zum Opfer gefallen sind. Auch einige Spiele der Ostligisten sind abgesagt worden, wie der Wiener Sportklub gegen St. Jakob im Rosenthal oder Vorwitz-Steyer gegen Bruck an der Leiter oder das Spiel Deutschkreuz gegen 1. Wiener Neustädter SC. Bruck an der Leiter, ganz kuriose Geschichte, du hast das sicher gelesen, wie ich dich kenne, du bist immer top informiert. Ja. Es waren vor dem Spiel gegen Wiener Viktoria, waren Tests, diese Pool-Tests. Es waren ein paar getopte anscheinend dabei beim Spiel, weil es waren etliche positive, wir wissen jetzt nicht die Anzahl, aber es waren etliche positive. Am Abend des Spiels ist 3 zu 0 für Bruck ausgegangen, dann sind die Ergebnisse gekommen, eben positiv, sie müssen Einzeltests machen, alle negativ. Wie kann das sein? Das ist mir selber ein Rätsel, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich glaube, da bist du ein bisschen besser informiert über die Geschichte dahinter. Aber wo viel gearbeitet wird, passieren auch Fehler und scheinbar ist da einer passiert. Was soll man machen? Das ist noch nicht alles sattelfest bei diesen Tests, so wie es scheint. Schlimm ist halt für die Spieler, die einen Tag vorher glauben, positiv zu sein, dann mit den Familien zu Hause, viele haben Kinder, alle sind nervös. Wenn man dann am nächsten Tag in Selbstregie, glaube ich, war, dass sich nochmal testen lässt und dann kein einziger dabei ist, atmet man zwar auf, aber man versteht dann nicht, was da vorher passiert ist. Marius Anton zum Beispiel hat sich in Heimquarantäne begeben, so wie wahrscheinlich auch alle anderen Brucker Spieler oder Trainer oder die im Umfeld da waren, mit Tochter und Frau und dann alles negativ. Also man hätte sich wahrscheinlich dann nicht, man weiß auch, ich habe auch gehört von einem Spieler, der bei der Müllabfuhr arbeitet, die zittern halt schon ein bisschen auch, was sagt der Arbeitgeber dazu? Der Arbeitgeber hätte gesagt, ja, dann bleibst du zwei Wochen daheim, kriegst du aber nicht bezahlt. Das ist halt auch diese andere, diese Kehrseite der Medaillen, diese PCR-Tests. Wenn sie eben im Cup getestet werden müssen, die Vereine, dann kann es natürlich sein, dass welche negativ sind, in Heimquarantäne sich begeben müssen. Beim Wiener Sportclub war sie genauso, einer war positiv, alle mussten in Heimquarantäne, zehn Tage sind sie eingesperrt, hat man damals gesagt, Robert Weinstabli, jetzt ist es ja nicht mehr so, jetzt trainiert er schon die Hälfte. Aber in Bruch zum Beispiel, die haben auch noch knapp 3.000 Euro müssen berappen, dass sie diese Einzeltests machen müssen. Und dann haben sie erst nicht spielen dürfen. Und jetzt müssen sie wahrscheinlich vor dem nächsten Antreten gegen Vorwärtscheier wieder getestet werden. Ja, ziemlich schlimm. Trotzdem ist es nur Geld, sage ich immer. Das andere sind schon die Familien und das Umfeld und vielleicht auch bei vielen Spielern, die Amateure sind der Arbeitgeber. Und wenn das öfters vorkommt, wird es sicher auch schwierig werden, den Job zu behalten. Und es ist halt ein zusätzliches Risiko, was jetzt da ist für Amateurfußballer. Jetzt sind ja die Brugger gut in die Saison gestartet mit zwei 3-0-Siegen, waren ja eigentlich mit breiter Brust, wären sie dann zu dem Auswärtsspiel gefahren, das eigentlich ein Heimspiel hätte sein sollen, nur die Präventionsmaßnahmen anscheinend sind da nicht gut genug gewesen für den ÖFB, dass sie das zu Hause austragen haben können. Und Mario Sandner hat gesagt, er will eigentlich gar nicht mehr ÖFB-Cup spielen, weil er interessiert das nicht mehr, wie Masterschaft spielen und fertig. Da versteht man dann auch irgendwie so einen Grant quasi auf das, jetzt lass dich testen, ist positiv, lass dich testen, bist negativ. Das ist dieses Hin und Her, das spielen wir gar nicht und fertig, oder? Lass Steier so aufsteigen und sie müssen nicht hinfahren und fertig können, einmal trainieren ist vielleicht gealter, oder? Ja schon, aber wenn man vielleicht gegen Steier gewinnt und dann nachher einen Bundesligisten zieht oder gegen Rapid Austria oder Salzburg dann spielen kann, dann wäre er glaube ich dann wieder sehr traurig, wenn er freiwillig aussteigt. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Frust gewesen nach diesen Test-Orgien, die da passiert sind und er wird sich da wieder beruhigen und nach vorne schauen und normal denken. Er soll einen Blick auf die Tabelle werfen. Genau. Der dritten Liga, Bruck an der Leiter, zwei Spiele, zwei Siege, 6 zu 0 Tore, 6 Punkte. Das heilt wahrscheinlich auch noch die Wunden vom Cup, aber wie du gesagt hast, sie haben ja schon einmal gespielt gegen Salzburg und die Salzburger sehr gefordert, damals glaube ich 2 zu 3 nur verloren, in der Verlängerung, wenn ich mich so erinnere. Das sind schon Highlight-Spiele, auch wo man gestern gesehen hat, St. Johann gegen Rapid, das werden die Spieler nie vergessen und das wünscht man sich halt immer. Kommen wir zu den Spielen, die stattgefunden haben, da hat es ja auch einige Sensationen gegeben, muss man sagen. Die erste Sensation war sicherlich SC Austria, Lust, der noch ging, ist vor Stripfing, 1 zu 2. Stripfing gewinnt also beim letztjährigen Finalisten des Cups, 0 zu 1 Eigentor, 0 zu 2 Gütschli, das erste Spiel unter Neodrainer Hans Kler, gleich gewonnen, gleich gegen den Ex-Klub auch noch, im Cup eine Runde weiter. Schöner Auftakt. Ja, und da sieht man auch, welche Qualität die Mannschaft hat und an welchen Stellen werden wir ihnen heuer gehen muss in der Liga, also man kann zwar sagen, Pflichtmeister gibt es nicht, aber ich glaube, die stehen schon da mit dem Kader am besten da und die sollten da die Favoriten dieses Jahr sein. 2 zu 1, also gewonnen, die Busfahrt war nicht ohne, von Stripfing nach Lustenau, Lustenau wieder zurück, um 6 Uhr in der Früh waren sie dann wieder zu Hause, nimmt man gerne auf sich, wenn man natürlich aufsteigt, wenn man dann verliert, dort ist es nicht so super. Ja, mit neuem Zwirn sind sie auch noch hingefahren, hast du es gesehen, das Foto, alle fesche im Anzug, also das Cup-Finale, glaube ich, ist schon einmal ausrüstungstechnisch erledigt, also da kann man sie schon einmal, ja, da steht man niemandem nach, glaube ich. Wäre schön, wenn sie zu den Meisterschaftsspielen auch so kommen. Ja, im Bus mit in Zwirn, ja. Genau. Was haben wir dann, Real Madrid, Barcelona, wie kommen... Ja, wäre ein anderes Image mal, der SV Stripfing im feinen Zwirn mit Anzug, wo man widerspiegelt, die Meisterschaft gewinnen zu wollen. Super. Stripfing gewinnt also, eine Mannschaft, die das nicht so gut erwischt hat, war das Team Wiener Linien, am Sonntag gegen Blau-Weiß-Linsk in den Zweitligisten 1 zu 5 verloren, Trillierpan, der Torschütze von Team Wiener Linien, Milenkovic hat dann kurz danach die rote Karte gesehen, chancenlos. War eigentlich schon in den ersten Minuten entschieden, die Partie. Ja, vom Ergebnis her, sagt jeder so aus, was auch wahr, also Blau-Weiß, ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber Blau-Weiß, glaube ich, deutlich stärker und Team Wiener Linien noch ohne Meisterschaftsspiel, ohne Rhythmus vielleicht noch nicht so weit, aber schauen wir mal, wie sie dann in die Saison starten. Wäre ja nur so ein Zuckerl gewesen, glaube ich. Genau. Diese ÖFB Cup, sagt man immer, hat man früher zumindest so gesagt, das Ziel der Mannschaften, zum Beispiel auch damals Stadtliga-Mannschaften, war immer in den ÖFB Cup zu kommen. Dann waren wir in den ÖFB Cup, ist ausgeschieden, haben sie gesagt, jetzt können wir uns wenigstens auf die Meisterschaft konzentrieren. Ja, man hofft immer auf ein paar schöne Spiele oder dass man die ersten, zweiten Runden vielleicht mit Glück oder wie auch immer überlebt, um dann einen großen zu ziehen und da vielleicht ein bisschen auch was im Verein zu lukrieren, auch die Fans zu befriedigen. Da geht es halt nicht immer auf. So wie bei Team Wiener Linien, 1 zu 5. Nächstes Match, Floydsdorf AC als vor Draßburg 3 zu 0. Eine klare Partie, glaube ich, die Draßburger waren auch in diesem Spiel chancenlos. Der Floydsdorf AC also eine Runde weiter. Ein bisschen überraschend war das Ergebnis dann von First Vienna FC gegen FC Machfeld-Donau. 4 zu 0. Ja. Der Startligist schießt also den Ostligisten raus. Nein, muss man sagen, vom Ergebnis her war es schon sehr überraschend. Wenn man das Spiel aber genauer anschaut, muss man sagen, die Machfelder in den ersten zehn Minuten zwei hundertprozentige Torchancen vergeben, dann durch Eigenfehler in Rückstand geraten, sich sehr bemüht und dann in viele Kontak laufen und das Ergebnis ist dann sehr glatt, aber es war schon eher oder enger und es hätte auch anders ausgehen können. Wie gesagt, also wenn Machfeld dann 2-0 führt, könnte es vielleicht auch 0-4 dann ausgehen, weil die Wiener aufmachen muss und Kontak dann auskontriert wird. Ja, ist halt anders passiert. Der Spielüberlauf war sehr günstig für die Wiener. Ich glaube, sie haben es auch selber so analysiert. Natürlich freuen wir uns, auch Wiener Klub und eine Runde weiter, Traditionsverein ein toller Klub. Aber ich glaube, das Ergebnis war viel extremer als das Spielverlauf war und die Qualität ist. Diese beiden Mannschaften spielen dann auch eigentlich am Freitag, aber wir kommen dann gegeneinander. Also das Spitzenspiel in der dritten Liga am Samstag dann, nicht am Freitag, Samstag Stripfing gegen FC Machfeld-Mannsdorf. Ein Tabby, Machfeld-Tabby in der zweiten Runde, wir dürfen gespannt sein. Bleiben wir aber noch beim Cup kurz. Wolfsberger AC, also der Europacup-Starter, hat gespielt gegen Neusiedler am See und ich habe gerade bei dem Spiel vor dem Spiel noch so eine Umfrage gestartet auf Facebook. Wie wird das Spiel ausgehen? 4-0, 12-0, 5-1, 7-1, 5-5, 7-7 war die Ergebnisse. Einige waren gar nicht so schlecht, es ist nämlich wirklich unentschieden ausgegangen. 2-2 nach regulärer Spielzeit und dann dürften, glaube ich, die Neusiedler so ein bisschen die Kräfte verlassen haben und dann haben sie innerhalb von sechs Minuten quasi drei Tore noch bekommen und dann hat der WRC 5-2 gewonnen. Aber nach 0-2 Rückstand beim Europacup-Starter das aufzuholen, Kinzl-Sommerer die Torschützen in der 90. und dann ein 2-2 daraus machen, Hut ab von SC Neusiedler. Ja, jetzt sehe ich auch den Hut, weil letztes Jahr waren sie schon im Cup so stark, haben sie die Admiere, glaube ich, rausgeschmissen, jetzt waren sie auch knapp dran und fighten da jedes Mal besonders. Und das nicht einmal daheim, sondern auswärts. Auswärts noch viel schwieriger und vor allem ein 0-2 aufzuholen ist ganz, ganz selten gegen einen Bundesliga-Verein und da muss man schon in den Hut ziehen und da muss man sagen, schade, dass er sich dann nicht ausgegangen ist oder dass er sich nicht ins Elfmeterschießen retten haben können. Aber er sagt dann doch, das Körperliche hat dann gewonnen quasi und sie sind dann nach dem 3-2 da ein bisschen eingebrochen und haben da nicht mehr dagegen halten können. Aber trotzdem, 90 Minuten 2-2, top. Muss man sagen. Genau, muss man sagen. Und im Elfverschießen hätte Martin Graus gerne gesehen. Ja, das ist richtig. Ein Top-Tormann auf der Linie. Ja, das hätte ich dann schon gerne gesehen. Das waren einmal die Spiele im Cup. Ich möchte jetzt noch ganz kurz, die noch nicht gespielt worden sind, haben wir eh schon gesagt. Sportgruppe St. Jakob Wölz, Steierbruck an der Leitung, Totschkreuz gegen Wiener Neustädter SC. Wann die stattfinden, wissen wir noch nicht. Aber sollten relativ bald über die Bühne gehen. Ein Wort noch zu Stripfing. Stripfing, ich habe vorhin mit Hans Gler gesprochen. Er hat gesagt, es war eine Top-Mannschaftsleistung. Sie haben defensiv nichts zugelassen, haben gute Konter gespielt, waren offensiv, auch gefährlich. Aber das ist ja für Sie zum Beispiel, für die Stripfinger wird das jetzt alles in Wahrheit 360 Grad gedreht. Weil das wird Ihnen jetzt passieren, oder? In der Meisterschaft. Sie sind jetzt diejenigen, die das Spiel machen müssen und die anderen Mannschaften werden sich aufs Konter verlangern und werden eigentlich hinten Beton anrühren, oder? Das heißt, für die Stripfinger ist das jetzt eine ganz andere Erfahrung wieder als im Spiel gegen Lustener. Ja, mit Sicherheit, weil das wird sie das ganze Jahr jetzt verfolgen. Sie werden ähnlich wie letztes Jahr in der Startliga die Wiener, sie werden immer gegen Mannschaften antreten müssen, die mit Mann und Maus versuchen die Null hinten zu halten, nicht in Rückstand zu geraten, irgendwie durch Konter vielleicht zu gewinnen und so wie du sagst Beton anrühren. Und es wird weit schwieriger sein, als bei so einem offenen Spiel, wie es am Wochenende war, da zu bestehen oder zu gewinnen. Weil ich glaube auch, dass die Ostligisten Beton anrühren können die meisten. Ja, körperlich stark, läuferisch stark sind eigentlich alle Klubs. Die Plätze, jetzt auch der Stripfinger Platz ist jetzt nicht so besonders groß, wo man quasi das Technische oder diese Überlegenheit mit Ballbesitz so ausspielen kann, oder? Ja. Also das wird, glaube ich, ganz eng werden, oder? Es wird schwierig, keine Frage, sie sind der Top-Favorit, jeder wird so in die Spiele gehen, muss man halt schauen. Es gibt andere Waffen auch, muss man schauen, dass man bei den Standards vielleicht das eine oder andere rausholt. Ich glaube dann, wenn sie in Führung gehen oder wenn sie den Gegner knacken, sind sie dann nicht mehr zu bezwingen. Aber schauen wir mal, was die Saison bringt und wie sie rein starten am Wochenende. Genau, das sind wir schon einmal gespannt. Einer, der auch aufgezeigt hat, der bei uns ja eigentlich am Donnerstag schon ein Mann, über den man spricht war. Und ich glaube, das ist nicht von irgendwo gekommen, dass genau dieser Mann, wahrscheinlich hat er sich das angeschaut, was wir eben gesagt haben, Supertalent und so und so und so. Hoffentlich. Alex Zirkowitsch, Admirer Juniors Spieler, hat der Wiener Viktoria zwei Tore geschossen, war dort ein Mann des Spiels und haben wir dann auch auf unsere Liste genommen mit Männer, über die man spricht. Wir müssen nochmal über ihn sprechen und eigentlich ihm noch mehr loben. Er hat nämlich bei der Admirer in der Kampfmannschaft ran dürfen, weil die Amateure oder die Juniors nicht im Cup spielen dürfen. Gegen Hertha Wels, 3 zu 0 Sieg der Admirer, drei Tore, Alexander Zirkowitsch. Ja. Sensationell, oder? Für ihn als 18-Jährigen besser geht das gar nicht, glaube ich, oder? Absolut. In einem Pflichtspiel. Ich glaube, er ist auch unglaublich gut in Form oder ist mental wahnsinnig gut drauf. Das wird ihm jetzt noch mehr geben, aber ich war es immer gewohnt mit jungen Spielern zu arbeiten, die sollen man nicht zu viel loben. Sie sollen nicht abheben, sie sollen am Boden bleiben, sie haben noch Mankos, da kommt noch mehr. Wenn man sie überlobt und wenn man schon zufrieden ist, dann ist es der erste Schritt eigentlich zum Stagnieren. Also wir gratulieren ihm da jetzt, aber wir loben ihn noch nicht. Okay. Warten wir noch einen größeren Zeitraum ab. Wenn er dann die nächsten Steps macht, dann loben wir ihn mal ordentlich. Patrick Helmes, sein Trainer, hat ja gesagt, er hat viel Potenzial, aber bis zu einem Profi muss er auch noch viel lernen. Und er muss vor allem lernen, an sich zu arbeiten und sich zu quälen. Das müssen die meisten und wirklich das zu adaptieren. Dann täglich dem nachzugehen, wirklich zu 100 Prozent, sich nicht ablenken zu lassen, auf seinen Körper zu schauen, die Ernährung umzustellen oder so zu timen, dass sie passt. Und auch vom Mentalen her jeden Tag alles zu geben, ist ein Lernprozess. Und das kommt immer nach der Pubertät, dauert ein bisschen. Und darum ist noch viel Luft nach oben. Aber vom Potenzial her ist sehr viel da. Fußball ist also große Anlagen. Körperlich vielleicht noch ein bisschen zu arbeiten bei ihm, aber ist auch schon sehr gut. Treffen tut er jetzt auch schon, hat sich jetzt wieder verbessert. Gegen Wiener Viktoria hat er noch ein paar Schausen liegen gelassen, jetzt drei Tore geschossen. Als Belohnung dafür gibt es das Spiel am Dienstag gegen den Wiener Sportklubs. Stattfindet in der Ostliga. Das heißt, Ostliga kostet wieder für Alex Zirkovic. Als Belohnung, wenn man bei der Kampfmannschaft drei Tore schießt. Nicht Hofer, nicht Meierhofer, sondern Zirkovic. Aber als Belohnung gibt es dann wieder die Ostliga. Ja. Gute Belohnung, oder? Belohnung. Belohnen tut man sich selber. Und er ist noch... In dem Sinn hat er sich ja selber belohnt. Hat er sich schon. Er sagt ja selbst, Entschuldigung, dass ich die Unterpräger. Er sagt ja selbst, wie Patrick Helmes das gesagt hat. Passt. Ich würde ja am liebsten jeden Tag spielen. Na, und das ist die richtige Einstellung. Und es ist nicht wichtig, dass er jetzt oben dabei ist oder ob er in der Amateurmannschaft spielt. Wichtig ist, dass er über die Saison gute Leistungen bringt, dass er sich weiterentwickelt, dass er jeden Tag hart an sich arbeitet. Und dann kommt das Endprodukt raus. Und jetzt ist er noch nicht so weit. Das sieht er auch selber so. Weil er will auch jeden Tag spielen. Und es ist ihm egal wo. Und genau das ist die richtige Einstellung. Und ich glaube, die Trainer werden alles richtig machen. Und als Belohnung darf er gegen einen Wiener Sportklub spielen. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Sollte dieses Spiel stattfinden. Das ist ja auch noch so die Frage. Sein großes Vorbild von Alex Zirkovic. Nehmen wir. Ja. Ist okay. Ist okay. Natürlich. Ist nicht hochgegriffen. Na, die Haare. Die Haare muss er sich halt dann noch anders stellen. Die Haare, ja. Und die Schuhe. Da hat er jetzt auch gewechselt. Nehmen wir anscheinend. Nicht mehr Nike, sondern Puma. Schauen wir mal. Ja. Das war Alex Zirkovic. Wieder ein Mann, über den man spricht. Im Cup. Der andere war vielleicht Kürsot Gütschlu. Auch ein Tor gegen den Ex-Klub gemacht. Gegen Außerlustor mit Stripfing. Aufgestiegen. Das war einmal der ÖFB Cup. Die erste Runde. Wie gesagt, die drei Spiele haben wir noch. Die sind noch ausständig. Die können wir nicht sagen, wann sie stattfinden. Kommen wir zur Meisterschaft. Jetzt kommt wieder die dritte Liga ins Spiel. Morgen, ja, die zweite Runde. Ob das eine Runde ist, ist halt immer so. Die Sache. Aber wer spielt? Wer spielt? Wer spielt? Das wissen wir nicht. Wer spielt? Also gespielt hat schon. Und das können wir schon sagen. Bruck an der Leiter gegen Wiener Viktoria 3 zu 0. Und Dreskirchen gegen FC Machfeld, Donau und Mannsdorf 0 zu 2. Die haben schon gespielt in der zweiten Runde. Das Spiel Team Wiener Liene gegen Mauerwerk wurde auf 8.9. verlegt. Weil er das Team Wiener Liene gestern gegen Blau-West-Linz gespielt hat. Und Wiener Neustadt gegen Neusiedl wurde auf 15.09. verlegt. Da ja die Neustädter einen Corona-Fall hatten, auch dieses Cup-Spiel nicht ausdrücken konnten. Deshalb auch dieses Spiel verlegt. Von morgen auf 15.09. Und morgen spielt dann Trasburg gegen Leobendorf. Ja. Um 19.30 Uhr. Eine Rumpfrunde, oder? Ja. Aber dann kann man sich wenigstens auf die wenigen Spiele konzentrieren. Merkt man sich die Ergebnisse besser. Und braucht nicht lange überlegen, was man schaut. Und eventuell natürlich auch dieses Spiel. Admirat Junis gegen Wiener Sportklub 19.09. Wir wissen das noch nicht. Eben wegen dem Wiener Sportklub. Der ja auch einen Corona-Fall hatte. Einen positiven. Alle in Quarantäne. Dann wieder nicht in Quarantäne. Die Hälfte oder drei Viertel haben wieder trainieren dürfen. Über eine Sondergenehmigung. Ich weiß es nicht. Ich habe auch beim Sportklub, wie wir das aufgezeichnet haben, noch keinen erwischt. Aber ich nehme einmal an, dieses Spiel findet statt. 19.00 Uhr. Admirat Junis gegen Wiener Sportklub. Hoffen wir es. Wir sehen es positiv. Drasburg-Leobendorf. Die Drasburger verloren das erste Spiel. Die Leobendorfer 1-0 gewonnen. Wem siehst du da in der Favoritenrolle oder als Außenseiter? Ich muss sagen, ich habe vorige Woche beide Spiele gesehen. Sowohl das von den Leobendorfern, das wir übertragen haben. Auch am nächsten Tag. Mauerwerk gegen Drasburg. Da waren die Drasburger wirklich total von der Rolle. Wir haben es eine Woche oder zwei Wochen vorher gegen Rapid Wien gesehen. Da waren sie auf Augenhöhe. Da waren sie gut. Da waren sie überraschend stark. Waren sehr kompakt in der Abwehr. Haben gute Konter gesetzt. Sind gut nachgerückt. War eine tolle Einheit. Gegen Mauerwerk war das so überhaupt nicht. Ich hoffe, das war ein abendschwarzer Tag. Wenn ich die zwei Spiele jetzt hernehme. Die erste Runde, die da stattgefunden hat, ist Leobendorf für mich absolut der Favorit. Die mit ihrer Offensive wirklich zaubern können und die Drasburger in große Schwierigkeiten bringen können. Wenn die Drasburger aber so wie in der Vorbereitung oder auch letzte Saison, sie haben ja nicht so viel verändert, auftreten werden. Und Rhythmus finden, glaube ich, dass sie viel stärker sind. Aber wird sich morgen zeigen. Dein Tipp? Ich tippe trotzdem auf die Leobendorfer. Jetzt im Cup haben die Drasburger auch gegen den FAC nicht geglänzt oder nicht aufgezeigt. Die Leobendorfer sind ausgeruht. Die sind auch ausgeruht nebenbei. Ja, wobei das jetzt noch nicht so viele Spiele hat. Keiner in den Beinen, dass das schon Auswirkungen hat. Ja, aber trotzdem, glaube ich, von Tendenz her sind die Leobendorfer für mich Favorit. Sollte das Spiel, Admirio Cunis, gegen den Wiener Sportklub stattfinden, was tippst du da? Der Wiener Sportklub muss auf Mirza Berkovic verzichten, eine längere Zeit. Und wenn jetzt noch zwei, drei Spieler oder vier Spieler in Quarantäne sind oder sind Schlüsselspieler, wird es wahrscheinlich für den Sportklub auch eng. Auch die, kein Spiel noch in den Beinen, weder Meisterschaft noch Liga noch Cup. Die Juniors haben schon einen Sieg? Ja. Und selbst vertragen? Auf jeden Fall. Na, wird sehr interessant. Kann man gar nicht sagen, weil der Sportklub eben da mit den Corona-Fällen, einmal hat es das nicht betroffen, sind sie da mehr oder weniger reingeschlittert. Jetzt haben sie selber einen dabei gehabt. Aber trotzdem, glaube ich, die brennen auf die erste Runde. Und wie du gesagt hast, das Einzige, was noch sein könnte, ist, dass der eine oder andere Schlüsselspieler jetzt, wo wir nicht wissen, Corona hat. Und dann wird es vielleicht schwerer. Schwerer. Schwer war es ja einmal für den Sportklub. Vor einigen Wochen hat der Wiener Sportklub getestet gegen die Kampfhandschaft der Admirer in der Südstadt. Und er hat 3 zu 0 gewonnen. Dieses Ergebnis würde, glaube ich, jetzt Robert Weinstapel lieber in diesem Spiel nehmen als gegen die Kampfhandschaft, oder? Naja, mit Sicherheit. Das hat nicht viel gezählt. Es war zwar ein kleines Hallo und ein Ausrufezeichen, dass der Wiener Sportklub top Kader hat und bereit ist für die Saison. Aber gezählt hat es nichts. Jetzt werden wir schauen, ob es vielleicht sogar kleine Rache gibt von der Admirer und die vorgewarnt sind, dass er vielleicht mit den Amateuren da zurückschlagen. Zirkovic hat vor allem auch da gespielt bei dem 0-3. Vielleicht wird er ja wieder spielen. Ganz kurz noch, schauen wir uns noch die dritte Runde an, die dann am Freitag stattfindet. Neusiedl gegen Trafburg. Ein Burgenland-Tabey. Derzeit ja die zwei höchsten Mannschaften, die das Burgenland zu bieten hat nach dem Aus von Matersburg. Wird unser Live-Spiel sein am Freitag. Also Live-Spiel am Freitag. Neusiedl gegen Trafburg. Ein Burgenland-Duell. Das einzige in der Regionalliga Ost, das es nur noch gibt. Finde ich aber trotzdem toll. Toll, dass wir das Tabby übertragen und dass wir da vor Ort sind. Ich freue mich schon. Neusiedl am See gegen Trafburg. Freitag. Sportclub gegen Brug an der Leiter. Eigentlich ein Topspiel, wissen wir noch nicht. Eben auch wegen dem Wiener Sportclub oder Brug an der Leiter, wie das jetzt geht wegen Corona-Fälle. Am Samstag dann noch Leomdorf, Team Wiener Linien. Stripfing gegen FC Machfeld-Mannsdorf. Das ist sicherlich das Topspiel der Runde. Und Wiener Viktoria gegen SC Wiener Neustadt. Am Dienstag dann Dreskirchen gegen Admirat Juniors. Nächste Woche Dienstag am 8. 9. Ein Wort noch zu Stripfing. Mannsdorf? Ja, glaube ich auch. Großes Schlagerspiel. Ich weiß. Ich sage halt, die Mannsdorfer sind noch nicht so weit wie im letzten Jahr. Aber das wird werden. Trotzdem wird es dort sicherlich schwer werden. Das wird das Topspiel sein. Da können die Stripfinger gleich zeigen, ob sie wirklich dem gerecht werden oder ob die Mannsdorfer vielleicht ihnen den einen oder anderen Punkt entführen können. So ein Duell, Stripfing gegen FC Machfeld, Mannsdorf, Donauern hat ja etwas ganz Besonderes. Der Stripfinger Sponsor, jetzt Riedmüller, ja nicht mehr in Stripfing, sondern in Mannsdorf tätig als Sponsor. War ja schon früher einmal, aber jetzt wieder. Kommt jetzt wieder nach Stripfing. Wir wissen ja, Stripfing und Mannsdorf liegen ja auch nicht so weit auseinander. Ist auch noch ein Tabby, in Wahrheit ein Machfeld-Tabby. Stripfing jetzt auch nicht. Die Metropole mit 8000 Einwohnern, glaube ich, so 350 oder so, da wird am Sportplatz viel mehr los sein als in der Ortschaft, oder? Hoffentlich. Ist wie ein Hirtag, oder eigentlich? Ich hoffe, dass es ein Fest wird. Schauen wir mal, ob alles klappt mit den Auflagen. Aber grundsätzlich wäre es einmal schön, wenn dort in dem Gebiet wirklich viele Leute wieder an den Platz kommen. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren in Unter-Siebenbrunn war immer die Hütte voll und war was los. In den letzten Jahren ist im Machfeld nicht mehr viel los. Und vielleicht jetzt so ein Konkurrenzkampf zwischen den zwei Mannschaften, wieder Leute mobilisiert und ins Stadion lockt. Das wäre wünschenswert. Also wir sind gespannt. Das ist dann die Vorschau gewesen, noch auf die Spiele der dritten Runde, wie die stattfinden. Darauf legen wir jetzt einmal so Wert, wie es beim Fußball Österreich, also im ÖFB, drinnen steht. Ob das wirklich noch so ist oder nicht, werden wir Ihnen am Donnerstag dann in der dritten Liga-Sendung bei uns auf krone.tv natürlich auch wieder Preis geben. Aber ich sage danke für dein Kommen, dass du hier warst, dass wir die ÖFB-Cup-Spiele und natürlich auch die nächsten Runden so ein bisschen unter die Lupe nehmen haben dürfen. Ja, bei Ihnen bedanke ich mich. Ich sage natürlich wieder, die ganzen Spiele sind bei uns im Livestream auf krone.tv oder auf YouTube oder auf Facebook. Überall können sie die Spiele der dritten Liga live sehen, mitverfolgen und nicht vergessen. Fan.at, die Fußball-Plattform. Fußball aus jeder Ecke des Landes, egal gerade in welcher Ecke sie sind oder in welcher Ecke du dich befindest, also bei unserer Facebook-App und Fan-App und weiß nicht was, bei allem ist Fußball also König. Ich habe mich da schon registriert auch bei Fan.at, habe reingeschnuppert, das ist wirklich eine tolle Sache. Tolle Sache. Die Klubs nicht nur der dritten Liga sind dort vertreten, also alle Klubs aus Österreich sind vertreten, werden sie Fan von Fan.at, wollen Sie Ihren Klub und ich sage jetzt einmal danke, dass Sie mit bei uns dabei waren am Donnerstag, am Montag, ich bin schon auf Donnerstag, ich bin schon wieder eingestellt auf die nächste Runde, dass es auch wieder Dienstagsspiele gibt. Natürlich am Montag, ich sage danke fürs Einschalten und auf Wiederschauen. 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 Wiederschauen.